Wir sind heute beim dm in Frankfurt und zwar weil wir Essie, unsere wunderbare tolle neue Nagelnackmarke, den Bloggerinnen vorstellen wollen. Essie ist das neueste Kind von L'Oréal und seit Anfang des Jahres auch bei dm erhältlich. Ich bin Mina, ich habe einen YouTube-Channel, der nennt sich Twinkle Mina und blogge auch. Die meisten Blogger sind wirklich Essie-Fans und alle Farben durchzutesten, durchzuprobieren und das ist natürlich ein Traum jedes Mädchens. Es ist eigentlich eine super nette Ansammlung von interessanten jungen Frauen, die sich mit Beauty beschäftigen, die meistens auch noch ganz schön was auf dem Kasten haben. Naja, meine Lieblingsbloggerin ist hier und zwar die Jetty von Give the Bitcher Chocolate. Essie kenne ich schon sehr, sehr lange, also als Bloggerin ist einem die Mark halt sehr geläufig. Ich war ja vier Jahre lang in Amerika nur oder in anderen Ländern zu erwerben. Das haben wir halt früher mal bei Ebay gekauft und jetzt können wir das halt hier im dm machen. Ich habe ein YouTube-Video gesehen und man hört sich gerne Empfehlungen an von YouTubern, weil sie auch ehrlich sind. Ja und dann habe ich gesagt, probiere ich mal aus. Dann habe ich einen Essie-Nagelecke gekauft danach und er hat mir wirklich gefallen. Ich habe einen Gutschein gekriegt, um genug Essie-Nagelecke einkaufen zu können. Der wird bestimmt ein Renner, weil das gerade sehr im Trend ist mit Accessoires zusammen und das hat eigentlich eine sehr schöne Farbe. Sehr, sehr, sehr cool. Gerade Metalliktöne sind ja in diesem Jahr und in diesem Sommer sehr angesagt und deswegen freue ich mich sehr auf die Lanke. Langsam neigt sich unser Abend dem Ende entgegen. Wir hoffen sehr, dass ihr Spaß hattet, genauso viel wie wir. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für euren Besuch. Applaus